So, moin moin. Weiter geht's um diese Folge von Transistor. Oh, das ist lau. Tegel, sag mal. Naja, schon noch stärker, soll das am Limeis hier sein. So, ist besser. So, was hatten wir nicht geändert hier? Das ist die Fernkampf. Das ist der, das ist die Mina. Das ist Tarn, okay. Testen wir das so. Haben welche Richtung nicht gekommen? Keine Ahnung. Gehen wir mal hier lang. Ne, auch nie, bin ich gekommen. Ich hätte aber garantiert... ... werden die Morde vermissen. Segen Quark geht die noch wieder rein. ... ... ... ... ... ... Wir müssen uns jetzt auch wieder aufbauen. Ich weiß nicht, was er ist. Oh, shhh! Ruh! Wir müssen noch jemanden herstellen! Wir sind jetzt hier. Wir sind jetzt hier. Wir haben jetzt 50 von denen gemacht. Vielleicht noch mehr. Es ist nicht so, dass er nicht so ist. Die Kamerata... Sie haben das ganze Land entfernt... ... um uns zu holen... ... oder weg zu holen. Es ist die Sandbox... ... nicht wahr? Du hast das Video gesagt... Sie ist freundlich, ich denke. Hi, Luna. Kann ich dich, Luna? Luna, Fetch! All cozy hier. Aber was ist da draußen? Process? I thought it only wanted you. It wants the whole town. Das ist ein schönes Bild. Das werde ich vielleicht weiterverwenden. Ich mag da ein Intro, oder was mag ich? Das war's. Door Nummer 3. Oh, das war's. Oh, das war's. Wir sind hier. Das war's. Oh... Oh, das war's. Ich bin möglich. Oh, das war's, also. Du hast es. Aber warte, es gibt noch mehr. Ja, mehr Sand. Something's changed. Try your moves. Just gotta hold them off. Easy, pal. Easy, pal. Easy, pal. Ah, das ist dann noch ein Ding, ja. Keep it hanging on. Jeez. I don't need to stop. Only one. If this is going to give us an edge, then we might as well. What's behind door number five? So calm. We can come here for practice. What's that? That's enough of that. Door number one, round number two. Ready when you aren't. I'm somewhat alone. Let's see how quick we can do this. Let's see how quick we can do this. Holy finishes ready. No? First? No. That's wrong. All right. You know what I got into play? If we're done some ideas. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Your turn. Your turn. Your turn. Das war's. Like last time, only better. Back to reality. Okay, back on track. Time to dance. Dug in their heels this time. Chill your side, Mom. I don't know what to do. Was ist das? Ich habe keine Bloodlosen. Das war's für heute. Die Kämpfer sind echt schwer in dem Spiel. Jetzt haben wir die ganzen Fähigkeiten an den Arsch. Das war's für heute. 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 Die K recommended inciokeh Officer存ke. Die auge haben sich Das war's für heute. Das war's für heute. Die R util … Frau Stippen … Das ist einfach so. I see this. This is what the Camerata want our town to be. I'll miss this place. Going up. Should be able to get him through here. Hope this works. Oh, wow. Next stop, high-rise. Something's wrong. Get ready. Hang on. It's bad. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Nice one. Du fühlst das? Okay, neue Fähigkeit. Get. Sink eins hier näher zum Benutzern. Stärker gegen weit entfernte Ziele. Du wirst, dass die meisten Funktionen Ziele von ihrer Position wegziehen. Sie zählen schneller und aus größerer Entfernung an. Ping. Verschießt schnell und in gerader Linie kinetische Ladung. Das stimmt schon mal gut. Verbessert Planungskosten von Türen. Verschleuen nicht die meisten Funktionen. Nötige Entfernung. Vielleicht das am besten. Oh. Gutti, gutti, gutti. Entfernung. Sobald zu. Willkommen zu Highrise, Willkommen zu Hause. Willkommen zu Hause. So. Load up. Reise, Couldate. Weiss wie es ist. Wir beten, hier wurden kläsent. Was habe ich nicht. Nein. Wir sind heute. Was ist denn da? Ich hole das mal aus. Und dann machen wir ja... Weck du reich, nein. Reichweite wird, dass die meisten von uns wieder betäuben und zerstören. Das war's für mich. Das war's für mich. Uh oh. Heel. Stay. Stay. Bad boy. Bad boy. Oh, man. Endlich schießen so lange ich dieses... ...können die Veränderung. Let's keep moving. So, dann wird die Fähigkeit wieder aktiv. Gut. Wunderbar. Oh, die mei. Oh. Oh, da ist heukig. Blablabla. Aber beendet diese Folge erst noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschöne Lüben.